Und ich werfe jetzt diese Papprolle und werde die so rumdrehen. Also die dreht sich scheinbar verkehrt rum. Mal sehen, was mit der Papprolle passiert. Sie bleibt lange oben. Kleinen Moment, Herr Kameran. Jetzt machen wir das Ganze mal umgekehrt. Das heißt, ich werde die Papprolle... Na, ich mach das von da. Jetzt mal vorwärts drehen. Jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Also, und... Ja, und sie ist drastisch nach unten. Und das liegt dann in verschiedenen Anströmungen, aber das haben wir ja in der Theorie schon gezeigt. Vielen Dank.